Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselsalz mit der Bezeichnung 4 und dem Inhaltsstoff Kaliumchloratum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Allgemein wird Kaliumchloratum als das Salz für die Schleimhäute bezeichnet. Es wirkt befeuchtend und ausheilend, wenn beispielsweise der kitzelige trockene Reizhusten Sie in der Nacht nicht mehr schlafen lässt. Oder eben die Schleimhaut in Nase oder Hals schon ganz wund sind. Das 4er-Salz wird daher oft in der zweiten Entzündungsstufe als Ergänzung zum Schüsselsalz Nummer 3, dem Ferrumphosphorherkomm gegeben. Aber auch bei Magen-Darm-Schleimhauterkrankungen wird das 4er-Salz oft empfohlen. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüsseler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen. Mo5.de Mo5.de